So, seid ihr wieder aufnahmefähig? Ja, gut. Wer von euch sagt denn, dass er definitiv jetzt schon mal ins Ausland gehen möchte? Wer sagt denn da? Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, vorne noch ein paar zögerlich. Wer von euch möchte auf jeden Fall auch schon Erasmus machen? Weiß das auch schon jemand von euch? Okay, so fünf, sechs Leute. Gut, gibt es irgendwen zufällig, der nach England möchte? Eins, zwei, drei, vier. Okay, warum? Also ich habe mir auch schon viele Erfahrungsgericht gewählt. Auch speziell auch von den E-Parsen und so. Okay, super. Okay, ja, ich möchte euch ein bisschen was zu meinem Auslandsaufenthalt erzählen. Ich hoffe, das sieht man halbwegs. Ich war vor gut einem Jahr, sprich von September bis Dezember 2014 in England und möchte euch ein bisschen was darüber erzählen. Das Ganze dauert 15 Minuten. Ich hoffe, ich überziehe nicht. Ansonsten, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, einfach melden und fragen. Ansonsten gerne auch am Ende. Ja, ich möchte euch ein bisschen was erzählen zur Vorbereitung. Ihr habt schon ein paar Sachen gehört. Ich möchte das Ganze nochmal vielleicht ein bisschen in Bezug auf mich vorstellen. Dann, wie meine erste Woche ablief. Also auch da gibt es eine sogenannte Einführungswoche, ein bisschen anders als bei uns. Dann, wie das Studieren jetzt in England aussah. Das ist auch ein bisschen anders als hier. Welche Fächer ich belegt habe, wo ich gewohnt habe, was ich sonst so neben dem Studium noch unterwegs gemacht habe, was ich für Prüfungen absolviert habe. Dann vielleicht für den einen oder anderen interessant, wie das Ganze auch kostentechnisch zu betrachten ist. Weil das war vor allen Dingen für mich am Anfang, bevor es nach England ging, so eine Frage, wo ich sage, was kostet denn so ein Spaß überhaupt. Ich habe das Ganze jetzt mal für mich ein bisschen aufgestellt. Natürlich gibt es da wieder Abweichungen für den einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen mehr dann irgendwo feiern geht. Aber tendenziell ist das schon mal so eine Idee. Am Ende dann ein Pro und Contra und ein abschließendes Fazit. Ja, zur Vorbereitung. Ich habe, wie ihr, auch heute erstmal an einer Informationsveranstaltung teilgenommen. mich erstmal so ein bisschen beraten lassen. Das ging dann weiter, dass ich dann ein persönliches Gespräch auch mit der Frau Petry hatte, um das Ganze nochmal ein bisschen, vielleicht ein paar Fragen nochmal zu stellen und das Ganze ein bisschen einzugrenzen. Dann musste ich entweder mich entscheiden, einen Truffeltest zu machen oder Wirtschaftsenglisch 3, was eben leider jetzt keine Credits gibt auf dem Abschlusszeugnis. Das wird dann nur als Zusatzfach aufgeführt. Aber ich habe mich eben dazu entschieden, Englisch 3 zu belegen oder Wirtschaftsenglisch 3. Ich habe das in einem Semester, ich glaube, es war es vierte bei mir, zusammen mit Englisch 2 belegt und das wird auch eben anerkannt. Ansonsten, genau, habe ich mich dann ungefähr ein halbes Jahr vorher dieses Bewerbungsschreibung fertig gemacht und mich für drei Universitäten beworben. Ich habe mich beworben für Newcastle, dann Nottingham, was ein bisschen südlicher ist in England und Trondheim in Norwegen und ja, wie ihr gesehen habt, ich habe auch den ersten Wunsch auch bekommen. Nach der Zusage durch das International Office ging es dann weiter, dass ich die Exchange oder Articulation, Direct Application Form, wunderbarer Brief, ausfüllen durfte und das dann eben an die Auslandsuniversität geschickt wurde, dann muss ich die Program Option Choice Form ausfüllen. Das heißt, da gibt es so ein Blatt, wo die ganzen verschiedenen Fächer, die angeboten werden, die für mich theoretisch machbar sind, die werden da aufgeführt und ich muss dann sagen, okay, was würde vielleicht für mich interessant sein, muss das Ganze von 1 bis 10 ranken, also 10 sage ich mal, okay, das Fach würde ich am liebsten machen. Was am Ende dann ich für Fächer bekomme, das kann ich leider nicht beeinflussen. Also da musste ich in Anführungszeichen das nehmen, was mir dann zugeteilt wurde. Die Kursinhalte mussten dann eben mit dem zuständigen Professor, der dann eben abstimmt, welche Fächer ich mir in Deutschland anerkennen lasse. Es hat ein bisschen gedauert, das ganze Verfahren, also auch da schon für euch zur Information, macht es lieber ein bisschen früher, als das nach hinten rauszuschieben, weil das ist manchmal nicht so einfach. Ja, dann muss ich das Learning Agreement ausfüllen, sprich einmal meine Fächer, die ich in England machen möchte und die Deutschen in Verknüpfung und so weiter. Das habt ihr eben kurz gesehen, aber das kommt dann erst alles später auf euch zu. Und dann kriege ich irgendwann, habe ich einen Zugang bekommen zu dem Studentenportal, das ist bei denen alles ein bisschen IT-lastiger als bei uns. Das heißt, es ist so ein bisschen wie unser OSSC, aber viel komplexer. Also da kann ich wirklich, meinen kompletten Stundenplan konnte ich schon sehen. Ich muss mich dann natürlich darum kümmern, wo ich wohnen möchte. Ich habe mich persönlich dafür entschieden, in ein Studentenwohnheim zu gehen, einfach aus dem Grund, weil man dann mehr mit Leuten einfach aus anderen Ländern oder mit den Engländern zu tun hat. Ein anderer Kommilitone, der ein anderes Fach hier an der HSD belegt, der ist in ein anderes Studentenwohnheim gegangen. Tendenziell war das für mich auch ganz gut. Man kann auch versuchen, da selber irgendwo eine Bude zu finden. Für drei Monate, die es bei mir sind, ist das relativ kurz. Also ist die Frage, ob man da was findet. Aber auch das kann man da gerne machen. Und ich habe natürlich die Flüge gebucht und dann ging es dann los. Im Artikulieren konnte ich mich auch bereits online. Das heißt, ich musste dann so einen Fragebogen alles angeben, ein Foto hochladen. Und das war auch sehr unkompliziert. Ja, dann ging es los. Ab nach England. Mit dem Flugzeug erst bin ich nach London geflogen und von da aus dann weiter. Für die Leute, die nicht wissen, wo Newcastle liegt. Also London haben wir irgendwo hier unten. Da seht ihr auch so einen guten Kreis. Und Newcastle liegt in etwa da. Hier oben fängt dann auch Schottland schon an. Also es ist relativ weit im Norden. Es ist aber von den Temperaturen, fand ich es eigentlich noch ganz angenehm. Ja, wie sah meine erste Woche aus? Ich wurde erst mal am Flughafen durch den kostenfreien Meet & Greet Service abgeholt. Das heißt, ich habe vorher eine E-Mail bekommen. Es gibt so einen Meet & Greet Service. Möchtest du den nutzen? Das heißt, ich muss denen einmal sagen, okay, ich komme dann und dann an. Und dann hatten die so einen großen Stand am Flughafen aufgebaut, wo man dann erst mal empfangen wurde. Eine SIM-Karte bekommen hat fürs Handy und Informationsbroschüren. Und dann wurde man eben im Taxi kostenfrei zum Wohnheim gefahren. Fand ich eine super Sache. Und man hat direkt schon mal ein paar Kontakte knüpfen können mit den anderen Studierenden, die auch an dem Tag angekommen sind. Dann ging es ins Wohnheim. Zum Wohnheim gleich nochmal ein bisschen mehr, wie das bei mir aussehen. Und man konnte sich eben mit den anderen Auslandstudenten ein bisschen kennenlernen. Dann gab es bei mir in der ersten Woche die sogenannte Undergraduate Welcome Week. Das heißt, da gab es zahlreiche Willkommensveranstaltungen an der Universität und halt auch des Fachbereichs. Bei uns ist das Ganze schon sehr fokussiert auf den Fachbereich hier, finde ich, oder auf den Studiengang. Da ist das erst mal so, wir sehen gleich auch noch ein paar Fotos, dass wirklich erst mal alle Studenten, die anfangen, zusammengeholt werden. Dann gibt es eine große Messe, wo dann wirklich alle Studentenvereinigungen und so vorgestellt werden. Und alle Sportveranstaltungen, wo ich ziemlich erschlagen wurde, was es da alles gibt. Also bei uns gibt es in Deutschland ja eher dieses Vereinsleben vielleicht. Und über die Studenten gibt es vielleicht den Asta und noch ein paar das Studentenwerk. Aber da gibt es nicht so viel und bei denen gibt es alles. Also die verrücktesten Sachen, ob man sämtliche Sportveranstaltungen oder Sportstätten besuchen möchte, da gibt es eine Riesenauswahl. Dann gibt es einen sogenannten Teambuilding Day, den wir hatten, wo wir in unterschiedliche Gruppen eingeteilt wurden und dann so ein aufwendiges Planspiel gespielt wurde und man dann verschiedene Waren kaufen und verkaufen musste und so weiter. Auch ganz lustig. Und dann gab es eben nochmal so eine Einführungsveranstaltung in unserem Studiengang, wo man dann auch so verschiedene Tests gemacht hat, zum Beispiel, wo man vielleicht eher nachher der Typ für ist. Genau. Und wie das dann aussah, habe ich ein paar Fotos mitgebracht. Das heißt, ich weiß nicht, ob man es ganz sieht, also das ist eine Riesensporthalle. Man sieht jetzt hier so ein paar, ja, es sind schon einige tausend Studenten, die angefangen haben und wir saßen da mit da drin. Das ist diese Willkommensmesse hier unten. Das heißt, es war auch eine Tourenhalle, komplett mit Ständen aufgebaut, wo alle sich vorstellen und man sich einschreiben konnte in Newsletter oder sonst irgendwo. Weiter ging es dann eben mit dieser Induction-Event, so hieß das bei denen, wo wir dann alle so Cowboys waren und irgendwelche Hüte anziehen musste und jeder hatte, wir hatten jetzt Orangentücher, andere hatten dann Blautücher und so weiter. Sehr lustige Sache. Ja, ansonsten zum Studieren in England. Jeder kriegt da so eine Student-Card. Das Ganze ist ein bisschen aufwendiger als bei uns, als wir das kennen. Nicht so ein Papierzeug, sondern eine ganz normale Kreditkarte quasi und die könnt ihr wirklich für alles nutzen. Also es ist nicht so, dass man dann nochmal eine für die Mensa braucht, nochmal eine für die Bibliothek braucht. Man kann mit der überall rein, man kann in die Bibliothek gehen, man kann sich Sachen damit ausleihen, man kann die ganzen Sportveranstalter teilnehmen. Man muss für die Anwesenheit bei den einzelnen Seminaren, muss man sich dann einmal registrieren, dass man da gewesen ist. Also das ist mit Anwesenheitsliste. Ansonsten gibt es Blackboard. Das ist so eine App bzw. ein Online-System. Bei uns gibt es diese Mikro-Sites, wo jeder Professor dann irgendwelche Dokumente hochlädt. Bei dem ist das ein gesammeltes System und da kann man dann für jedes Fach alle Dokumente, die es gibt, runterladen. Das gibt es dann auch in der App, kann man sich auf dem Smartphone alles angucken. Auch eine super Lösung. Dann gibt es auch eine Nostambria-App, wo man dann zum Beispiel sehen kann, okay, ist gerade meine Waschmaschine unten belegt, kann ich die nutzen? Solche Sachen auch interessant, dann kann man zur richtigen Zeit runtergehen und die welche auch wieder rausholen. Dann Bibliothek, was ich persönlich sehr geil fand, die war 24-7 offen. Also wirklich jeden Tag 24 Stunden und dann konnte man auch mal zwei Uhr nachts dann mal reingehen und entspannt irgendwas nachgucken oder so. Ich persönlich fand das ganz angenehm, vor allen Dingen, weil es echt in den letzten Tagen im Dezember sehr voll wurde. Also da hat man nirgendwo mehr Platz bekommen, obwohl man am Anfang gedacht hätte, hier stehen 50 Computer, die können dann niemals alle gebraucht werden. Doch, können sie. Auch den Stundenplan gibt es digitalisiert. Das heißt, ich kann mir den direkt in meinen Kalender ins Handy eintragen, kriege dann automatisch eine Änderung, hey, gleich geht es los mit Ort und so weiter. Das Fachbereichsgebäude ist aus dem Jahr 2007, also ziemlich nageneu. Auch da ist alles sehr vernetzt. Jetzt gibt es riesige Räume, beziehungsweise der innere Raum ist jeweils mit ganz vielen Computern ausgestattet. Also da findet man immer einen Computer. Das ist nicht hier so bei uns, dass man kleine Räume hat, wo ein paar Rechner stehen. Das Gebäude, man sieht es hier relativ dunkel, ist halt ziemlich groß schon. Es gibt halt am Außen und Äußeren, rein sind die ganzen Seminarräume. In der Mitte die Computer alle zur Verfügung. Und dann gibt es unten im Erdgeschoss, gibt es dann nochmal vier große Vorlesungsräume. Zu meinen Fächern. Ich hatte die Fächer IT Management, Marketing, Planning and Research, sowie Personal Organizational Development. Und ein Fach noch, das war ISAP, beziehungsweise English for Special Academic Purposes. Möchte ich nicht so stark drauf eingehen. Das dritte Fach hier, was ihr seht, ist so ein bisschen wie der Employability Workshop. Das heißt, wie kann ich nachher ins Berufsleben gehen. Das Ganze natürlich auf den englischen Raum bezogen. Dann ISAP ist so ein bisschen was wie Projektseminar-Thesis. Das heißt, wie zitiere ich richtig, wie kann ich Sachen umschreiben und so weiter. Zu meiner Unterkunft. Ich war in einem Studentenwohnheim, was Claude Gibb Hall hieß. Bei mir gab es Vollverpflegung mit Frühstück und Abendessen. Das englische Essen, wie das aussieht, zeige ich euch gleich mal kurz ein bisschen. Ansonsten, das Gebäude war sehr alt, aus den 60er Jahren. Es hatte schon Aufzug, das war ganz gut. Ansonsten hatte ich 15 Quadratmeter mit Waschbecken, Bad, Küche, Duschen und so. Waren dann auf dem Flur. Das ist in anderen Wohnheimen anders gewesen. Ist natürlich dann auch wieder ein Kostenfaktor. Was ich ganz lustig fand, war, dass alles immer abgeschlossen war. Also ich musste für die Küche einen Schlüssel öffnen, für die Duschen, für die Klo immer ein Schloss aufmachen. Kenne ich so in Deutschland auch nicht. Ansonsten war ich mit acht weiteren Personen auf dem Flur. Die kamen aus Spanien, aus Frankreich, aus Indien, aus Schweden. Also wirklich breit gefächert und dementsprechend konnte man da auch viel Englisch reden. Mein Gebäude, man sieht es hier so ein bisschen. Ich habe da oben gewohnt. Elfter Stock, ganz oben. Von meinem Ausblick sah das Ganze dann so aus. Das heißt, hier noch ein paar Unigebäude. Hier die wunderbare Autobahn. Auch nachts immer schön laut. Und man sieht es leider nicht, aber das Fachgereichtsgebäude, das war dann hier hinten um die Ecke. Das heißt, ich war direkt auf dem Campus, habe ich gewohnt. Und war innerhalb, wenn ich mich beeilt habe, nur so sechs, sieben Minuten dann am Fachgereichtsgebäude. Ja, zum Essen, das sah dann in etwa so aus. Das heißt, ich habe hier einmal so eine Tomatensuppe gehabt. Einen kleinen Salat mit Kammerbeer. Englisches Curry mit Reis. Und hier ein trockener Kuchen. Das Frühstück sah dann so bei mir aus. Das heißt, Milchreis, ein Brownie, ein Choco-Croissant, Butter-Croissant. Dann hier so Kartoffelecken, Spiegelei. Also, man merkt schon ein bisschen, wenn man da was Besseres haben will, dann muss man eben mal einkaufen gehen. Ging auch. Aber es war halt auch zwischendurch mal Zeit, einfach mal ein Bierchen trinken zu gehen und Fußball zu gucken. Man sieht es hier so ein bisschen. Auch das ging mal. Damit komme ich auch direkt schon zum Leben neben dem Unileben. Also, es gibt da sehr viele Angebote durch die Communities, wie eben auch schon gesagt. Die Innenstadt ist wirklich zehn Gehminuten entfernt. Also, das ist wirklich ein Katzensprung. Da hat man dann wirklich alles, wie als wäre man irgendwo in der Innenstadt von Köln oder Düsseldorf. Das Meer ist auch wirklich nah. Das heißt, man ist eine halbe Stunde ungefähr am Meer. Auch das ist ganz schön. Ja, man kann natürlich auch viel in Newcastle machen. Das heißt, Newcastle ist zum Beispiel in der ersten Liga vom Fußball in der Premier League. Ansonsten gibt es da viele Museen. Quayside ist direkt an der Tyne, dem Fluss, der da durchführt. Wunderbares, schönes Gebiet. Ansonsten kann man natürlich auch Fußball spielen und sowas unternehmen. Hier mal ein Nachtfoto, wie das Ganze dann nachts aussieht an der Quayside. Man sieht hier die Teilen und verschiedene Brücken, die auch ziemlich eindrucksvoll aussehen. Ja, noch ein paar weitere Fotos. Also, auch kulturell gibt es da einiges zu sehen. Oder hier jetzt am Meer. Aber kann man gut mal hingehen. Ich war auch in einer Community und zwar ist das der Kajaksport. Ich bin selber hier in Leverkusen im Kanu-Verein und da auch ziemlich aktiv. Und es ist eine Riesentruppe gewesen. Man sieht, dass jetzt hier sind um die 20, 25 Leute. Und ich war dann da auch mit den Jungs mal ein bisschen Bildwasser fahren. Das geht halt den Englern auch ganz gut. Haben dann auch mal schöne Feste besucht. Das heißt, hier ist relativ dunkel, aber irgendwelche schottischen Tänze dann unternommen. Ich weiß nicht, Frau Petri, ob Sie das auch kennen oder gemacht haben damals. Ich kenne es, ich habe es aber nicht gewohnt. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, aber ein bisschen mitmachen muss man ja. Ja, und ich durfte auch ein bisschen auf der falschen Seite fahren. Ich durfte dann Van fahren. Und es ist nicht so einfach, wenn man dann im Kreisverkehr mit drei Spuren reinfährt. Genau, ansonsten haben wir auch ein bisschen Teamsport betrieben und da auch dann in einer kleinen Liga gespielt. Und sind dann sogar noch Erster geworden, weil die anderen Teilnehmer nicht teilweise da waren. Geht natürlich auch. Ja, von den Prüfungen, ich hatte drei Hausarbeiten, musste etwa 2.000 bis 3.000 Wörter schreiben. Das heißt, das ist dann nicht auf Seiten oder so bezogen, sondern auf die Wörter. Hatte eine größere Präsentation und benotete Gruppenarbeiten. Also es ist machbar. Es ist relativ viel, also auch bei den Hausarbeiten, das muss natürlich ordentlich alles belegt werden und so weiter, wie jetzt in der These auch. Aber das geht. Zu den Kosten. Ich habe ungefähr mal die Kosten aufgeschlüsselt. Ihr seht es so ein bisschen. Also Flügel waren bei mir jeweils etwa 200 Euro. Die Unterkunft relativ teuer mit 3.000 Euro für vier Monate, wovon ich nur drei Monate nutzen konnte. Der letzte Monat, den konnte ich jetzt auch nicht sagen, nee, den brauche ich nicht. Nein, den musste ich zahlen. Genau, mit meiner EC-Karte habe ich ungefähr 1.000 Euro bezahlt. Kreditkarte ungefähr 300, war dann nochmal 600 Euro. Genau, ansonsten Erasmus war bei mir der höchste Satz mit etwas mehr als 1.000 Euro und den Rest musste ich dann eben selber zahlen. Also auch da gibt es natürlich nach oben und unten bestimmt Abweichungen bei dem einen oder anderen. Aber wenn ihr jetzt nach England gehen würdet, ich denke mal ungefähr so wäre das der Beitrag. Ja, kommen wir schon zum Abschluss, beziehungsweise zu meiner Pro- und Contra-Liste. Also ich fand, ich habe meine Englisch-Skills auf jeden Fall gut verbessern können. Ich habe einen internationalen Austausch, ich habe viele Leute kennengelernt. Studentenleben ist da sehr angenehm. Abgesehen von meinem Wohnheim ist die Modernität da wirklich deutlich weiter als bei uns. Und die Stadt ist echt super, fand ich. Also da gab es viel zu sehen. Contra waren zum Beispiel die Gruppenarbeit. Ich hatte da bei einer Gruppenarbeit, die auch benotet wurde, mit den Englandern nicht so die beste Gruppe erwischt. Von der Produktivität war das ein bisschen schwierig. Anrichtung der Noten ist nicht ganz so einfach, weil es den sogenannten bayerischen Schlüssel gibt. Das heißt, die Noten werden in England in Prozent ausgedrückt. Und das ist das Beste, was man kriegen kann, irgendwo um die 70, 75 Prozent. Hier mal Daumen. Das wird dann aber auch blöd ins Deutsch übersetzt. Das heißt, es kann sein, dass man da eine 1 schreibt, die in Deutschland aber nur eine 2,3 ungefähr bekommt. Das muss man sich halt vorher im Klaren sein. Bei mir, ich habe ein bisschen Glück gehabt, weil jemand geklagt hatte und durchgekommen ist. Aber die Leute, die nach mir dann das Auslandssemester in England gemacht haben, war das leider nicht so einfach. Also da macht euch schlau und fragt, ob es da sowas geben könnte. Ansonsten, meine Unterkunft war jetzt nicht die schönste. Aber okay, für die paar Monate geht das mal. Und ich fand es ein relativ kurzes Semester. Also von mir aus könnte es auch noch ein bisschen länger gegangen sein. Ja, zu meinem Fazit. Also ich würde es wieder machen. Ich fand es eine gute Sache. Und ja, das wäre mein Vortrag. Wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne jetzt. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020